Wir sind in Frankfurt im Restaurant Walden. Wir haben ein starkes Frühstücksgeschäft und wir haben auch ein Abendgeschäft. Und wir verkaufen viel Kaffee. Unsere Gäste sind es gewohnt, gute Qualität zu bekommen. Latisse vereinfacht unser Arbeiten sehr. Die Maschine reinigt sich selber. Das spart uns Zeit, spart Personalkosten. Latisse ist konstant und einfach zu bedienen für unsere Mitarbeiter. Und dadurch macht es auch mehr Spaß.